TV-Legende Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren gestorben. In seinem letzten Interview mit Bunte sprach er über den Tod, das Testament und die Beerdigung. Alfred Biolek hat für die heutigen TV-Köche den Weg geebnet. Jahrelang lockte er mit seiner Kochsendung Alfredissimo. Ein Millionenpublikum vor den Fernseher und Prominente hinter den Herd. In seinen letzten Lebensjahren zog sich Alfred aus der Öffentlichkeit zurück. 2010 war er schwer gestürzt, weswegen er lange Zeit im Koma lag. In seinem letzten Interview mit Bunte, das er im Sommer 2019 gab, sprach Biolek darüber, wie sehr sich sein Leben nach dem schweren Sturz gewandelt hat. So habe sich sein Geschmack nach dem Unfall komplett verändert. Während er früher niemals Kaffee und nur Tee getrunken habe, sei dies seit dem Sturz genau andersrum. In diesem letzten Gespräch gab Alfred Biolek auch Einblick in seine Gedanken über den Tod. Alfred Biolek hatte keine Angst vor dem Tod. Ich bereue nichts, hadere nicht und würde wohl alles wieder so machen, sagte Alfred in seinem letzten Interview mit Bunte rückblickend über sein Leben. Nun durfte er friedlich im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung einschlafen. Über den Tod sagte er damals. Wenn man über 80 ist, wird das Sterben zu einer Begleiterscheinung des Alltags. Er selbst fürchtete sich nicht vor seinem eigenen Tod. Ich akzeptiere ihn, wann immer er kommt. Der Grund, dass er keine Angst vor dem Tod oder dem Sterben hatte, war seine Zufriedenheit. Da Biolek ein zufriedener Mensch sei, hätte er keine Probleme das Leben loszulassen. Sein Testament hatte Alfred Biolek 87, schon seit geraumer Zeit aufgesetzt. Bei dieser Akzeptanz gegenüber dem Tod überrascht es auch nicht, dass der Grand Seigneur schon vor langer Zeit sein Testament gemacht hat. Schon vor zehn Jahren. Es wurde ein paar Mal erneuert. Kleine Änderungen, der Hauptinhalt blieb stets gleich, so Biolek im Bunte-Interview. Auch seine Beerdigung plante Alfred Biolek im Vorfeld. So hatte er bereits vorab geregelt, wo er seine letzte Ruhe finden wird. Im Familiengrab einer befreundeten Kölner Familie, sie haben mich und Scott in ihre Familienruft eingeladen. Damit wir auch im Tod verbunden sind. Scott ist ein jahrelanger enger Freund von Alfred, den er 2014 sogar adoptierte. Der Grund für die sorgfältige Vorabplanung war Bioleks Wunsch nach Harmonie in der Familie nach seinem Tod. Ich möchte alles geregelt haben, damit es zwischen meinen Liebsten keinen Streit gibt. Ich habe zwei Adoptivsöhne, eine Nichte und enge Freunde. Ich versuche, stets dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Was nach seinem Tod von ihm bleiben wird, wusste Alfred vor zwei Jahren ganz genau. Ich bleibe. Als Erinnerung.